Schweizer Zeit Aktuell, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, stellt heute die erste Frage. Wissen Sie, aus welchem Land zur Zeit oder seit einigen Jahren am meisten Einwanderung nach Israel erfolgt? Also von Juden, die aus anderen Ländern nach Israel einwandern oder zurück wandern. Meinen Sie es in Russland oder nordafrikanische Staaten? Falsch. Es ist Frankreich. Und da stellt sich sofort die Frage, warum ist das so? Frankreich hat noch mehr als die anderen westeuropäischen Länder eine unglaubliche Masseneinwanderung aus dem muslimischen Raum gehabt. Ganze Vorstädte sind dort kaum mehr regierbar. Da herrscht Scharia-Recht für Kinder von anderen Glauben. Aber gerade Juden-Kinder, die können kaum mehr in die Schule retten. Das ist unter Umständen lebensgefährlich für die. Die Regierung Macron entwickelt jetzt grosse Anstrengungen, das einigermassen einzudämmen. Aber sie können die Angst, die wachsende Angst von den Juden, die sich da zusammenbraten, nicht dämpfen. Die gehen lieber. Meine Damen und Herren, damit wird auch das einfältigste, das absurdeste Argument angesprochen, das die Feministinnen ins Feld führen, gegen die Initiative zum Verheulungsverbot. Es treffe ja nur etwa 30. Ja, meine Damen und Herren, wollen wir warten, bis wir auch in der Schweiz derart unkontrollierte, unbeherrschbare Verhältnisse haben bezüglich der Islamisierung. Dort würde es dann sagen, oh, hätte früher noch kommen müssen, jetzt ist es zu spät. Meine Damen und Herren, die Juden, die nach Israel auswandern, die geben das Signal. Während den Anfängen, heisst das Signal, das machen wir mit dieser Initiative, stimmen sie zu, ja, zum Verheulungsverbot. Und diese Feministinnen, die da dagegen auftreten, blindlings dagegen kämpfen, dann muss man fragen, sind ihr euch eigentlich bewusst, dass ihr für die Entträchtung der Frauen, für die Eingrung der Gleichstellung, für die Frauen eintretet? Meine Damen und Herren, nicht blindlingskämpfen, mit Verstand kämpfen, ja, zum Verheulungsverbot. Ihr Komptar würde mich interessieren.